ja hallo und herzlich willkommen ich begrüße euch an diesem wunderschönen sonnigen tag was werde ich heute machen ich habe ja noch diese automover 305 und da habe ich mir gedacht die reifen hier sehen nicht mehr ganz so toll aus ich denke da könnte man was machen und von daher bin ich hingegangen und habe mal ein reifen demontiert das werde ich euch mal kurz zeigen so hier sieht man dann das schöne teil wie ich den reifen komplett abgenommen habe ist eigentlich ganz simpel hier ist das teil kann man ganz einfach hingehen und ja dieses teil abnehmen das ist ja so drauf befestigt so sieht das von innen aus da man dann hier diese clips die drückt man dann halt ein mit einem kleinen schraubendreher dann kann man diese radkappe einfach so demontieren ja dann hat man das rad auch schon draußen hier sitzt so eine kleine scheibe drauf und drei torx schrauben die löst man einfach kommen ja von hier wie man sieht da ist das ganze dann so montiert ja die drei torx schrauben dann halt eben einmal entfernen und die platte runternehmen dann kann man das ganze rad abmontieren hoppla ja und dafür werde ich heute eben ein komplett neues rad entwickeln und dann auch mit 3d drucker ausdrucken und ich habe vor einfach zwei verschiedene versionen zu machen einmal möchte ich ein rad machen was mit einem dual drucker gedruckt wird also die felge und das rad selbst soll dann in einen rutsch gedruckt werden so dass es eine einheit ist das rad also die die reifen werde ich dann halt in schwarz machen und die felge so in einen schönen silbernen material das wird glaube ich sehr gut aussehen und die zweite version wird dann gesteckt sein das heißt ich drucke zwei teile separat einmal die felge und einmal eben dann den reifen und das wird dann näher zusammengeschraubt und dann kann man das auch wieder montieren ja ich hoffe ihr habt dann gleich spaß wenn ihr mir dabei zuschaut wie ich das ganze gemacht habe zum einsatz wird dann wieder fusion 360 kommen damit arbeite ich am liebsten und dann werde ich den tenlock idex drucker nehmen der dann die räder in zweifarbig druckt und ja für die separierten reifen und felgen werde ich dann die alti maker 2 um ihre arbeit bitten und ich würde sagen wir fangen an in fusion und ich zeige euch wie ich die reifen bzw die räder gezeichnet habe wir befinden uns jetzt in fusion c60 hier habe ich das fertige rad schon einmal für euch dargestellt man kann auch sehr schön das profil erkennen und ich habe das so gemacht dass ich hier in der mitte vom profil phasen gesetzt habe so dass beim 3d druck hier keine lustigen strings und so weiter entstehen sondern dass er schön hier sich hoch arbeitet ohne dass ich da stützmaterial für brauche ja und das sind zwei teile wie man uns schwer hier erkennen kann ich habe einmal den reifen selbst den habe ich jetzt ausgebendet und wieder eingeblendet einmal die felge ausgeblendet eingeblendet die habe ich mit ganz 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 kleinen spalt hier versetzt 0,02 2 mm somit das halt gegeben ist dass ich die felge wunderbar hier nachher rein drücken kann in den reifen ohne dass es irgendwie hat oder ich dann noch großartig nach schleifen muss ja und dann haben wir hier auch noch die abdeckung selbst ich hatte es hier mal versucht mit einem gewinde das fand ich dann also doch viel zu umständig das gewinde habe ich wieder entfernt und habe dann hier so ein bajonett verschluss an beiden seiten angebracht man kann das sehr schön auch an der abdeckung selbst erkennen die hat dann auch nicht mehr dieses gewinde sondern ist glatt hat dann hier zwei kleine knopfaugen hätte ich fast gesagt die kommen dann in diesen bajonett verschluss rein werden also rein gedrückt und dann dreht man es einmal um und die abdeckung sitzt fest wesentlich einfacher zu drucken und wesentlich besser um halte auch eine passgenauigkeit zu umgehen beim gewinnen ist ja immer immer so ein bisschen tricky kann sein dass das ein bisschen zu fest ist zu stramm sitzt und ja dementsprechend habe ich das mit dem bajonett verschluss gelöst das geht also wunderbar ja und wie das aufgebaut ist zeige ich euch jetzt in einer kleinen zeitraffer einmal eine skizze erstellt das ganze extruiert dann geht es weiter ein paar ausschnitte gemacht dann hier einmal diese speichen eingezeichnet und mit phasen versetzt überall noch ein bisschen was angepasst und ein bisschen abgerundet dann habe ich hier diese profile erstellt habe die versetzt habe die auch gefasst habe den ganzen reifen dann nochmal mit einer phase versetzt rundherum dann habe ich den deckel erstellt auch sämtliche phasen dann eingezeichnet und ja dann ist das schon ziemlich fertig hier habe ich das hinterteil ausgeschnitten weil ich wollte ja zwei version machen einmal mit dem zwei farb druck und einmal eben separat einmal das innen teil und die felge sozusagen und einmal den reifen gedruckt einmal der reifen in schwarz und die felge mache ich dann in weiß ich glaube dass es wird die version sein die ich nachher auf mein automauer auch installieren werde ja das war nur ein schnell durchgang ich möchte hier kein fusion tutorial machen es sei denn es kommen genug kommentare unten ins kommentarfeld die dann halt drum bitten dass ich sowas auch noch mal ganz präzise nachzeichnen mit schritt für schritt wie ich es gemacht habe da soll aber schon wirklich mindestens zehn kommentare unten stehen wo ich dann lesen kann nur sehen kann dass ihr da wirklich interesse dran habt so und jetzt geht es weiter zum nächsten schritt wir übertragen das ganze in simplify 3d und werden dann diese beiden teile slicen beziehungsweise drei teile slicen und dann ausdrucken angekommen in simplify 3d sehen wir dann hier auch schon den reifen der hat hier drei löcher damit kann ich die felge nachher mit dem reifen verbinden hier unten sehen wir auch diesen schönen überhang hier der schiebt sich ja nachher auf die felge drauf also nicht auf die felge drauf sondern auf den automauer drauf der überlappt sozusagen ein bisschen den motor dass er kein dreck reinkommt das hat die original felge genauso ja das ganze ist auch ein bisschen nach innen geformt wie man hier sieht und hier sieht man auch schön das profil wie das noch mal mit einer phase versetzt versehen wurde und das wird dann halt so gedruckt wir haben dann hier den ultimaker habe ich dafür benutzt und ganz normale standardwerte 0,4er nozzle und schichthöhe habe ich dann 0,18 gewählt für außen konturen und geschwindigkeit 80 mm in der sekunde damit ein bisschen zackig vorangeht 35 prozent infill stützmaterial soll erzeugt werden und wenn ich dann auf drucken vorbereiten klicke dann sieht man hier auch schon das ergebnis wir haben hier keine stützstrukturen weil ich das nicht möchte und auch nicht benötigt wird stützstrukturen befinden sich halt nur hier unten weil es ja nach oben weg geht damit das ganze nicht zusammen sagt ja und das kann nachher spielend einfach und spielend leicht entfernt werden und dann ist der reifen fertig mit der felge genau das gleiche bauch jetzt nicht zeigen ist das gleiche prinzip einmal felge auf der plattform einmal das leisten das ganze und ja dann sind die beiden teile soweit schon mal fertig und die wollen wir jetzt mal eben ausdrucken wie gesagt ich habe auch noch eine zweite version wo felge und rad eine einheit sind die habe ich dann mit den tan log eidex drucker gedruckt der druck dann silber für die felge und schwarz für den reifen und ja wie das dann ausschaut zeige ich euch gleich auch nochmal zwischendurch hier hat der alti maker dann seine arbeit schon aufgenommen man sieht sehr schön unten die stützstrukturen und ja auch die drei löcher wo die felge nachher mit dem reifen verschraubt wird ich habe dann auch noch ein weiteres foto wo der drucker dann schon fast fertig ist hier müssen nur noch ein paar layer gedruckt werden und der zweite alti maker ist auch schon dabei die felge selbst zu drucken in einem weißen material das zeige ich euch dann in dem nächsten bild hier seht ihr jetzt die fertige felge und ja man sieht natürlich die einzelnen layer schichten weil ich ja mit 0,18 mm leerhöhe gearbeitet habe man hätte natürlich das ganze noch verringern können auf 0,16 oder 0,12 dann wäre das noch etwas feiner geworden aber naja so ping ich wollte auch nicht sein und außerdem habe ich keine lust noch ein paar stunden länger zu warten es müssen ja zwei felgen gedruckt werden von daher reicht das optisch für mich so aus hier sieht man jetzt gerade den tenlock idex 3d drucker er druckt gerade mit dem rechten kopf das silberne material und der linke kopf ist mit schwarz bestückt der druckt dann den reifen selbst hier nochmal aus einer anderen perspektive hinten sieht man auch die beiden türme da streift er dann immer das alte material etwas ab und drückt das dann auch raus hier ist dann der eine alti maker der druckt jetzt den separaten reifen das ist jetzt diese version die halt kein hintergrund hat also die offen ist eine offene felge ja und der linke alti maker der druckt hier die felge in weißem material ich verwende dazu pl a man könnte natürlich auch abs nehmen alles kein problem oder für den reifen auch gesund gummi material also ein flexibles material aber pl a funktioniert wunderbar der läuft jetzt schon seit ein paar wochen mit den rädern und da gibt es absolut keine probleme zuletzt habe ich dann noch aus schwarzem pl a die abdeckkappen also die radkappen sozusagen gedruckt diese werden danach mit einem weißen harz aufgefüllt das sieht dann so aus ja und dann können wir uns schon an der montage machen mal schauen wie das nachher auf meinen automauer aussieht die montage ist wieder denkbar einfach ich habe hier also die felge in dem schwarzen rad rein gedrückt und von hinten mit drei schrauben verschraubt das habe ich jetzt dummerweise nicht aufgenommen aber ihr könnt euch vorstellen ganz simpel eigentlich drei schrauben rein und dann ist die felge und das rad eine einheit ja dann kommt einfach wieder diese unterliegscheibe drunter die drei schrauben werden eingedreht und dann ist das rad auch schon fest und das macht man selbstverständlich auf beiden seiten damit das nicht so doof aussieht ja hier ist er soweit fertig da fehlt jetzt nur noch die abdeckkappe die setze ich dann auch noch gleich drauf und dann wird es zeit für eine erste probefahrt ich bin gespannt wie der sich damit macht ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 So, ja, Räder sind montiert, funktioniert wieder super, gefällt mir auch optisch sehr gut. Im nächsten Video werde ich dann mal das Hinterrad erneuern und zwar ist ja dieses Schleifrad, ich werde es euch mal unten zeigen. So, hier hinten sitzt ja dieses Rad, was sich eigentlich nur in der Geraden bewegen kann. Es ist also nicht gelagert und ja, dadurch schabt sich das auch immer schön weiter ab. Irgendwann ist es dann mal durch, muss dann eh ersetzt werden. Ich werde da hinten dann ein Schwenkrad anbringen, was sich also mitdreht und ja, damit wird der Mover dann erstens etwas sauberer laufen und zweitens wird er mir nicht mehr diese Furchen in den Sand ziehen. Ich zeige euch die auch mal. Das sind dann immer so blöde Ecken und Kanten, wo er sich dann immer dreht. Ja und dann hat man hier diese Spuren, wo kein Rasen mehr ist und ja, hier hinten habe ich dann auch noch mal was. Hier habe ich schon Erde drüber gemacht, aber ja, hier hat er sich dann auch mal so ein bisschen eingebaggert und eingefressen. Das liegt immer dran, weil er dann irgendwo mit dem Hinterrad hängen bleibt, in so einer kleinen Kuhle oder in irgendeiner Erhöhung und dann hat man das Problem, dass er sich eingräbt und ja, der Rasen wird natürlich da an diesen Ecken und Kanten auch nicht schöner. Von daher denke ich, wird das eine gute Option sein, auch das Hinterrad zu tauschen. Ich nehme euch dann da bei dieser Entwicklung und Montagen selbstverständlich auch wieder in einem Video mit und wenn ihr Spaß habt, könnt ihr gerne wieder zuschauen. Das nächste Video kommt dann bald. Ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Andy.